Jetzt wird's langsam hart. Okay. Äh... Die zoomen ich nochmal. Jaja. Immer aufs rote... Immer auf den roten glühenden Knopf drücken. Äh, schießen meine ich. Und immer drum rumrennen. Und weiter. Jetzt müssen wir... Weiß ich gar nicht was machen. Irgendwas. Wir haben grad die Fabrik-Kanonen-Fiechen-Loft gejagt. Ja. Dafür, dass die uns jetzt Sachen schicken können. Frag mich, warum die uns da nicht gleich am Anfang gegeben haben. Mich hatten die keine... Wussten die nicht, dass wir gut genug dafür wären. Alles gut. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Und... Sonst geht's wieder gut. Hoffentlich. Jetzt. Und wir können weiter. Ja, hättet ihr nicht auf unserer Seite, statt auf deren Seite runterlassen können? Ich geh' einfach hier lang. Mal sehen. Die jagen ein bisschen in die Luft. Und hier ist mein K. Ich persönlich dran. Ups. Okay, vielleicht sollten wir... ...zurückfallen. Schieß ihn ab. Ja, du hättest ihn ein bisschen früher abnehmen können. Ja. Ja, das etwas ist das, was du nicht umgebracht hast, du Vollidiot. Ja. Wir rennen natürlich alle wieder fröhliche Leute rein. Habt ihr schon mal davon gehört, nicht reinzurennen? Aber ich jag' euch jetzt alle in die Luft. Und... ...wir... ...sind wieder okay. Boom. Gut, dass uns nie irgendwie was umbringt, in den es in uns reinfliegt. Au. Ich bin sicher. Ja, toll. Jag' mich alle in die Luft. Krieg' mich alle um, wenn ihr so Spaß daran habt. Krieg' sie alle um. Und jetzt haben wir so'n Kanatenwerfer. Und das wird sehr hilfreich sein. Gegen die hier. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch eine Granate. Und so ein Vieh. Und einer von beiden anscheinend ist sogar genug. Und irgendwie haben meine Leute nicht sehr viel Lebensenergie. Und ich heim' mich jetzt auch. Ich heim' mich jetzt auch. Ist mir jetzt egal. Wenn du Spaß dran hast. Ren' da ganz hinten hin. Und heil' dich. Ja, okay. Da ist ein Shade. Und da kommen sie dann wieder nicht durch. Warum haben sie nicht einfach überall so ein Shade? Kurz vor dem Ende. Jetzt müssen wir hier lang, glaub' ich. Die Textur ist ein bisschen eigenartig. Und natürlich mehr Droiden. Wäre ja nicht schön, wenn wir zum Beispiel sowas haben. Was wir haben. Okay. Hier dran. Und vielleicht hat man es gerade gesehen. Dein Hintergrund ist etwas Großes. Eine von der Coma-Scale-Nastiest-Anti-Infantrie-Units. Es ist Dura-Steel-Plating. Ja, genau. Hämmer schießt auf den roten Knopf. Und wir haben keine... Money. Sion. Ah, treib' mich nicht ab. Ich hab dir nichts getan. Wow, der hat knapp. Aber so schwer ist er auch nicht. Nicht mit so einem großen Team. Ja, gleich wird der... ...so Sachen werfen. Leider kann man ihn nicht treffen, weil die Hitbox zu weit ist. Aber gleich ist er weg. Boom. Ja, war nicht so schlimm. Mit ein bisschen Selbstmord-Attacke. Und wir sind eigentlich... ...wieder so ein Schild. Aber... Warum konnten ihr es bei den anderen nicht machen? Man kann auch stehen und dann wird man umgebracht. Und ich glaub, die sagen dann auch irgendwas Dumbes zu ein. Jetzt müssen wir da rein. Ich dachte, das war ein Covert-Op. Uuuuh. Viele Gegner. Die man gut in die Luft jankern kann. Und da ist mir das Spiel wieder... ...manamisiert. Aber... ...bescheinend haben wir ja nichts verpasst. Keiner stirbt. Die schießen auf uns. Ist ja nicht nett. Aber ist ja nicht so schlimm. Und die Tür... ...oder... ...der Fahrstuhl... ...was auch immer... ...ist da. Jetzt gehen wir hier durch. Ja, jetzt sind wir alleine. Ich glaub, das ist ja auch die letzte Stelle, die ich machen werde... ...bevor ich... ...aufhöre für heute. Mal sehen. Wir fahren jetzt ziemlich lange hoch. Die missionen ist zweifal. Ihr primary objective... ...is to download the launch codes... ...from the ship's bridge. Mit den codes... ...we können wir die Evacuation... ...of der Droid-Armee. Ihr secondary objective... ...is to permanently... ...disable this core ship. Enroute to the bridge... ...each member of Delta Squad... ...will sabotage critical systems... ...throughout the ship. This elevator... ...should take you... ...to the Super Battle Droid storage racks. Navigate through the racks... ...to the control room... ...and disable its systems. Once you've disabled... ...the droid loader... ...rendezvous with your squad... ...and make your way to the bridge. We're counting on you three eight. Good luck. Advise around. Ja... ...wir müssen... ...wir müssen das Schiff... ...so, wir sind eigentlich zerstören... ...und die halt immer auch diese... ...codes kriegen... ...und hier müssen wir durch... ...und aufpassen. Wenn wir die treffen... ...wachen die auf... ...und bringen uns um... ...alleine gegen so einen... ...Droiden sind wir nicht der Aufschlag. Außer natürlich werden wir ein Paar. ... 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